Ich grüße euch, Gebirges hier. Willkommen zurück zu Kirby Planet Robobots. Wir sind hier in Welt 4 vor Level 5. Ganz viele Hämmer und ich glaube ein Energie-Reaktor. Oh oh, das könnte eine Explosion geben. Aber gehen wir erstmal hinein und schauen uns das an, bevor wir urteilen und irgendwas Falsches da raushauen. Kann ja sein, dass irgendwas Freundliches ist. Nope, definitiv nicht freundlich. Hallo meine Lieblingsfähigkeit. Oh, Schütze, den ich wahrscheinlich auch eventuell brauchen könnte. Oh, das ist nett. Au, das war, hier steht ganz schnell zu. Sieht ein bisschen aus wie ein Boss Rush hier, also minimal. So wie ich hier angegangen werde mit mehreren Waffenarten. Und eine Möglichkeit hier einfach einen Weg zu öffnen. Teleporterling, oh nein. Nicht nett, Mann. Man schleift sich einfach an. Oh, der war gemein. Und den da hinten wollte ich noch nicht aktivieren. Au. Du hast wahrscheinlich Zielkräfte drauf, die ich da höchstwahrscheinlich brauchen werde. Ihr habt natürlich. Zielkräfte. Hi, Bottle. Bottle ist ein guter Freund. Natürlich hier ist auch, ob ich das machen könnte, aber er braucht das schon. Geh mal durch die Tür. Ich frage mich, was die Pyramide, also dass die Pyramide da soll. Ich kann ja auch so aufnehmen, aber anscheinend muss ich erst mal da hinten. Ich weiß nicht. Komisch. Das bringt das jetzt. Hm. Oh, guck mal an, da hinten ist was. Sticker, meiner. Du bist weg. Ich kann runter. Lauf dann nach da drüben. Wo der natürlich nach. Oh, die Schnee gerade auf einem Haar. Was war noch mal Haar? Das war doch die Abkürzung für diese komische Firma, ne? Ich habe leider vergessen, wie die Firma heißt. Ah, so doof. Ach, du Kacke. Ja, hier müssen wir warten. Bis der Hammer einmal durch ist. Gut. So. Dann einmal kurz den Teleport aktivieren. Und wir sind die Fähigkeit los. Bzw. Bzw. Nicht. Haha. Kann ich den Roboter eventuell irgendwie mitnehmen ins Portal? Ich habe die Fernbedienung mitgenommen. Nope. Okay. Draußen rein. Ich habe da eine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nur, dass ich diese Fähigkeit brauche. Mist, zu früh. Denn hier drüben ist dann eine Kettensäge mit einem Roboter dahinter. Und den brauche ich. Nur, das ist echt scheiße zu teilen. Echt mal gesagt. Oh Mann. Oh Mann. So. Aber man wollen wir aktivieren. Zu früh. Viel zu früh. Viel zu früh. Das ist auch nicht. Ich weiß leider auch nicht, wie lange ich das halten kann. Ich denke mal, das geht gleich durch. Und alles. Und das Ding wird schneller runterfallen. Oh, das ist doch nicht wahr. Das war knapp. Nächster Versuch. Bis es klappt. Und das werde ich alles schön drin lassen. Damit ihr mich aussachen könnt. Ey, du bist scheiße. So. So viel zu. Alles drin lassen. Von wegen. Ey, du bist scheiße. So viel zu. Eben versucht direkt danach. Ey, unsere neue Sticker. Kölbi sieht cool aus. Der Vogel merkwürdig. Der Vogel passte halt irgendwie nur beim Jet. So, was war denn hier? Wir haben auf jeden Fall einen Durchgang. Und ein Feuervieh. Ja, damit. Und meins. Und nochmal auch noch was. Mal drehen. Bombe? Wollen wir nicht? Oder doch? Hm. Brauchen wir? Mist. Einmal durchgelassen. So, einmal offen. So, einmal die Bombe reingeschickt. Falsche Richtung leider. Natürlich. So ist einfacher. So, geh mal durch da. Mach mal den Weg auf. Hallo. Du warst gerade im Weg. So, du darfst dann noch dagegen. Und der andere läuft natürlich nicht gegen. Aber der fällt dann da hinten gegen. War es nicht mehr akzeptiert, wie jetzt. Und du fällst runter und fällst dagegen. Hä? Halt auf damit. Ihr blöden Bomben. So, das sollte reichen. Nicht. Okay, ich muss also warten, bis das Ding direkt umdreht da hinten. Also am ehesten jetzt. Geht doch. So, was haben wir denn hier? Schalter. Ganz viele Schalter. Ähm. Meine. Kiste mit einem Roboblock. Äh, und was macht der jetzt? Ah ja. Freitour. Cool. Na, geh mal durch. Da, 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 da. Ah, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Nachgeladen. Cool. Ah. So, kommen wir denn hier hin? Nope. Ähm, will ich einen von den beiden? Denke schon. Frage ist, soll ich das hier jetzt schon abschneiden? Ist er da nämlich in den Sticker? Ja, war eine gute Entscheidung. Uiuiui. Ich sollte mich nur drauf versessen, äh, und zusehen, dass ich nicht unbedingt irgendwas zerstöre, was ich gebrauchen könnte, ne? Da unten ist eine Tür. Oh, die kriege ich aber nicht zerstören. Aber da oben ist, ich kann nicht zerstören. Was, ich kann es auch nicht zerstören? Ne. Was? Ich hätte davon ausgegangen, dass ich das Ding zerstören kann. Das war verrückt. Ne, kommt einfach ab. Okay, das ist, das ist weird. Habe ich noch andere Fähigkeiten? Die Klinge der Gerechtigkeit zerteilt den Himmel. Trifft Gegner mit der rasanten, schnellen Dingern zu uns. Also, okay. Ah, nö. Ich sehe keine Möglichkeit dafür. Es sei denn... Ach, da hinten ist ein Ding, das was ich aktivieren kann. Ja, natürlich. Habe ich so toll übersehen. So. Da sollte ich mich eventuell dann dranhängen können. Beziehungsweise es abschneiden. Und zwar genau so. So, und durch die Tür. Bonusraum. Dann. Bonusraum. Das ist der total tolle Bonusraum. Wir müssen oben lang. Ach, du Kacke. Ähm. Das ist schon der richtige Punkt, ne? Pfff. Oh. Was? Ach, der war gar nicht ange... Oh, natürlich. Der war nicht angeschnallt. Oder angezogen. Ich bin jetzt doof. Raus und rein. Das habe ich falsch verstanden. Tut mir leid. So. Zweiter Versuch. Hoffentlich geht das noch. Schöne Einführung. Der arme kleine Wodl da unten. Ziehen. Äh, mehr kann ich nicht ziehen? Okay. Und B. Ha. Ist ja cool gemacht. Und das ist der zweite Roboblock. Frage ist, wie komme ich... Was ist denn da unten? Das ist einfach nur ein Model. Einfach nur ein Model da. Okay. Nehme ich. Ha. Hallo. Immer schön. Hi, das ist noch einer. Und da hinten haben wir einen Block. Der am besten... Au. Ah, der ist ganz unten gelandet. Okay. Ob der da hin soll, ist die Frage. Kann ich nicht zerstören? Boah, ich kann die zerstören. Ich bin ja so doof. Komm mal, ihr beiden. Bam. Mann. Was eine Qual. Bin auch dämlich, ne? So ein bisschen. So. Was soll ich denn davon zerstören? Alles? Abgesehen davon, dass ich die zerstören will auf jeden Fall. Und der Bombentyp auch. Na ja. Komm ich mal raus. Unten gelandet. Okay. Ich glaube, ich brauche die Bomben gleich. Sehr gut. Alles zerstört. Hauptsatzding ist unten. Bei den Bombentypen. Wo ich dann gleich die Bomben verwenden muss. Höchst wahrscheinlich. Um etwas zu erledigen. Deswegen lege ich das schon mal ab. Komm an die Bombenfähigkeit. Und sag mal kurz heben. Und einmal ablegen. So. Mach dein Ding. Falsche Richtung, Kollege. Falsche Richtung. Einmal hier runter. Einmal hier runter, Mann. Das ist doch so schwer. So schwer zu verstehen. Ich wollte schließlich nur den letzten Roboblock haben. Wo ich irgendwie die Welt erschaffen. Hm. Wenn ich jetzt noch den Robo ausziehen könnte, würde ich natürlich noch da hochfliegen. Aber das kann ich ja leider nicht. Schade. Hätte ich auf jeden Fall gemacht. Den hochheben kann ich auch nicht mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Mit unserem Bombenwagen. Mit unserem Bombenwagen. Roboter. Der Unendlichkeit. Und eine Eins. Eins minus. Schade. Das ist nur eine Eins minus. Naja. Was zählt, ist der Gedanke. Und der Sticker. Natürlich, der Sticker. Wir bekommen den Sticker Iron. Logo Iron. Aus Planet Robobot. Ohje, ohje. Den Sticker Kanji. Mensch. Aus Planet Robobot. Yay. Menschen. Und wieder eine Skizze von Kabi. Und einen Sticker Melone. Nicht der Hut, sondern die Frucht. Aus Kabi Mass Attack. Interessante Stickerauswahl. Um ehrlich zu sein. Ja. Ja, die Roblox haben die Firewall zerstört zum Boss. Und da hinten ist Level 7 EX. Wo wir hinkommen von Level 3? Ne, Moment. Von Level 4. Oh. Sieht aber auch interessant aus. Hier endet nämlich so ziemlich das Gabelgezugs. Oh. Interessant, dass die Gabeln das Stromnetz leiten. Das ist echt ein bisschen... Der Pairt. Aber gut. Ich beende den Part. Und im nächsten Part gehen wir dann in Welt 4.6. Heißt, wir besiegen den Boss. Und machen das EX-Level. Hoffentlich gibt's dann wieder ein bisschen mehr Story. Denn die Story hat erst ein bisschen an Fahrt aufgenommen in der letzten Welt. Und, ähm... Ich war überrascht davon, dass einfach mal ein Story aufgetaucht ist. Das wird mir dieses Mal nicht passieren. Denn ich bin vorbereitet. Naja, nicht wirklich. Ich spiel's immer noch ohne Vorkenntnisse. Aber... Das seht ihr ja im nächsten Part. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage bis dahin. Ciao, ciao.